So, Tag ihr Nasenbären und herzlich Willkommen zu einem Informationsvideo und zwar wollte ich euch informieren, dass ich von Samstag auf Sonntag ein 12 Stunden Stream machen werde. Wann er genau losgeht kann ich euch leider derzeit noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall ich denke mal so zwischen 18 und 21 Uhr ist der Fall sein. Die meisten die haben ja mich durch die Glocke eh abonniert. Ja, ich werde euch natürlich schauen, dass ich am besten 20 Uhr anfangen. Wäre natürlich am besten. Ich denke mal ich werde auch schauen, dass ich so 20 Uhr anfangen kann. Könnte aber sich gegebenenfalls auch nach vorne oder nach hinten verziehen, je nachdem halt. Aber so 20 Uhr denke ich mal würde nur alles funktionieren. Dann eine weitere Information noch. Ich habe festgestellt, in denen ich jetzt allerdings analysiert habe, wie es bei mir zeitlich am besten ist, dass es Samstag auf Sonntag Nacht, also Samstagabend auf Sonntagmorgen bei mir immer ganz besonders gut ist von der Zeit her. Diesbezüglich habe ich auch mich jetzt entschlossen und mich auch hingehockt und habe dann einen kleinen Streamplan zusammengestellt. Bei diesem Streamplan wird es so sein, dass ich von ich glaube 18 bis 20 Uhr ETS mit Mods, dann 20 bis 22 Uhr Landwirtschaftssimulator 2017 und dann eben anschließend Minecraft Open End. Aber es wird auch so sein, dass diese Zeitabschnitte nicht genau eingehalten werden. Ich denke mal, dass das ein oder andere garantiert auch länger geht. Aber diese drei Dinge möchte ich halt dann in Laufe dieser, sag ich mal, Stream-Serie bringen und schauen, dass ich das dann auch hinkriege, dass ich das dann auch jedes Wochenende machen kann. Ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass es jetzt funktioniert, weil der andere Streamplan, da war halt ein bisschen zu viel gewollt. Bei diesem Streamplan jetzt ist es eben klein, aber fein. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert und dass wir als Community dann auch weiterhin wachsen können. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn viele Leute zuschauen bei den Streams. Und falls jemand Neues jetzt hier eingeschaltet hat, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr freuen. Dank mich auch in dem Sinne dann schon mal fürs Zuschauen bei diesem Video. Hoffe, es hat euch auch gefallen, dieses Informationsvideo. Und ja, ähm, was gibt es jetzt noch so weit zu sagen? Eigentlich nimmt es wirklich mehr was. Ähm, ja, das war es dann soweit. Ach, diese Gründzeug, das nervt mich die ganze Zeit schon, dieses Gründzeug. Jedes Mal wächst es mir alles zu. So, also es wäre frei. Ähm, ja, 2019 Abo wäre natürlich ganz schön. Ihr könnt auch dieses Video, äh, oder meine Videos auch auf sämtlichen Social Networks, Plattformen, etc. teilen. Und, äh, auch ein bisschen, sozusagen, Werbung für mich machen, indem ihr es einfach da veröffentlicht. Ähm, habe ich kein Problem damit. Weil wir wollen ja als Community gemeinsam groß werden. Jetzt stimmt's. So. Warum ist da Eis? Wasser. Warum ist auch Eis? Jetzt stimmt's, glaube ich, zumindest. Schauen wir mal noch schnell. Ja, passt. Jetzt habe ich allerdings noch mal ein Wasser. Ja, dann bedanke ich mich für's Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Und, ich sag dann mal, bis zum Stream. Danke für, äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.